Kannst du mich genau in die Kimme gucken? Ja, Hallöchen, Broböchen. Komm mal, der Teddy, komm mal, der Teddy, komm mal, der Teddy. Komm mal, der Teddy. Nee! Erst der Teddy. Erst der Teddy. Dann der Ball. Erst der Teddy, dann der Ball. Habt ihr das gesehen? Der Teddy leuchtet. Und in dem Moment geht der Ball. In dem Moment. Das heißt, wisst ihr, was das bedeutet? Wir hatten unheimlich viel elektromagnetische Wellen gehabt. Und der Teddy reagiert auf elektromagnetische Felder.